halli hallo liebe leute ich bin der kommission zu uns mal sox let's play und quesio unterhaltungsvideos ja heute geht es wieder weiter mit der vorwurst direkt nach der einen aufnahme geht es direkt weiter also im prinzip die aufnahme die jetzt samstag gewesen war danach habe ich direkt noch mal aufgenommen also im prinzip eine minute später habe ich direkt noch mal aufgenommen und hier sind wir und wir haben uns erst mal ein schönes gutes kaninchen rein oder hasten wie auch immer oder harten 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 beim bachs bei die harten oder und wir hier haben wir uns mal ein bisschen heidelbeeren rein ich glaube ich fühle mir ein bisschen besser ja auf jeden fall voll okay okay das katana brauche ich jetzt nichts aber ja ich tue mal die großen bären wegmampfen denn die sind ja hallo wäre auch nicht schlecht okay nicht schlecht davon habe ich auch genug davon sowieso kann man momentan nichts geworfen oder was na gut ja in dem fall bin erstmal da rein gefallen ich trottel ich gucke gerade mal was nach gameplay nach wachsenden bäume ist an sehr gut zerstörung von gebäuden erlauben ich aus okay gut alles gut alles gut alles gut was meisten davon immer die axt wie sonst normalerweise immer und haben wir die nächsten die nächsten bäume weg hat sich die kamera irgendwie ein bisschen verschoben so ist eigentlich besser ja definitiv vielleicht ein kleines bisschen höher ja ist besser so okay okay fertig ich könnte mir auch vorstellen dass es noch ein paar leute vielleicht gibt die zum beispiel die abonniert haben so aber auch zum beispiel die abonniert haben weil ich zum beispiel seit einer woche oder so oder ein bisschen länger als eine woche keine reaktionsvideos mehr gemacht habe also keine reaction wieso weil ich habe momentan keinen bock mehr auf reaction ich will nicht unbedingt etwas auf zwang machen wer mich abonniert hat bei der reaktionsvideos sehen will anstatt let's play das ist bei mir vollkommen falsch denn let's play das ist bei mir hauptsächlich der fall wer wirklich eher einen reaction youtube haben will also sehen will der auf videos reagiert der geht lieber zu stolze leute hin wenn ihr keine let's play sehen wollt updates kommen wie immer einmal in der woche manchmal vielleicht auch mal zwei oder sogar drei mal in der woche und immer darauf an ich habe schon gedacht was ist denn da für ein bug oder so sehr gut ok ok ich würde mal sagen wir machen mal die kassette rein um hör mal ein bisschen mucke ok let's go ja muss schon ein bisschen besser gehen ja 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 und wie der gefällt so muss das sein ja 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 man Uh da war ein kanninchen bzw. Ha bzw. Ha Ja 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 oh, taucht nicht mal lang, da haben wir es fertig, geil, geil, richtig geil Leute, ok so schnell zu Ende, na toll, ich dachte jetzt kommt noch Eminem und Web noch schön mit rein, ne, ne, Spaß, so, nächste Kassette, oder Kassette, ja, Mann, jetzt geht es aber richtig ab Ding, 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 Gong, Gong, und Akumishi, was, Navasana, yeah, Mann, yeah Noch drei Baumstimme, Leute, dann haben wir es geschafft, geil Ich liebe diese Musik bei The Forest, ey, das ist die beste, ey Diese Musik hat The Forest ausgezeichnet, haha, 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 aus dieser Musik wurde The Forest erst bekannt, haha, oh, Gott, haha, 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 da ist nichts ein Baumstimme, ich glaube, es muss nur ein Baum sein, oder? Ja, definitiv Sorry, Pugmanet. What the fuck, alter Schwede, krass, Alter, richtig krass. Kannibale, kannibale, da kommt die Kannibale, und wollen stress mit dem guten Hischi. Kannibale, erst mal da hoch springen, ne, geht nicht, irgendwie erst mal da hoch kommen, ne, ich hätte vielleicht ne Idee, ich hab ne Idee, Leute, ich hab ne Idee, so, wie sieht die Idee aus, ähm, wir müssen erst mal zerstören, von Gebäuden erlauben, anstellen, denn ich will diese scheiß Treppe kaputt hauen. Normalerweise wollte ich nicht den Zaun hier kaputt hauen, aber ok, ist auch nicht so schlimm. So, die Musik ist auf, komischerweise, auch immer irgendwie ausgegangen, aber ich denke mal, das liegt halt einfach daran, jo, egal, ok. So, ich würde in dem Fall die Plattform ein bisschen so hoch machen, damit man einfach direkt da hoch klettern kann. 20 Baumstämme. Also, dass man mit nem Seil einfach da hoch klettern kann. Also, wie bei der Plattform. Was bei der Plattform eher so hoch klettern muss, aber das geht auch noch. Das geht auch noch. Das geht auch noch. So. Der Feuermann. Mit seinem Feuerball. Ich frage mich, warum der nicht, äh, verbrennt, wenn er den Feuerball in, in der Hand hält. Ich mein, das brennt doch. Das brennt doch. Wie kann, wie kann man da überleben? Anscheinend ist der irgendwie, was Feuer angeht, irgendwie immun. Immun gegen Feuer. Anders, da kann ich mir nicht erklären. Ist eben ein bisschen unlogisch. Ein Karnivale, der, der einfach bloßes Feuer in der Hand halten kann. Ohne irgendwie, ohne dass seine Hand überhaupt verbrennt, oder ohne dass das Feuer überhaupt in seinem ganzen Körper sich verteilt. Kein, kein Plan, wie der das macht. Kein Plan, Alter. Kein Plan. Gut, gut. Achso, ich muss noch das Zerstören von Gebäuden wieder ausschalten, stimmt. So. Wie habe ich das da reingehauen, ne? Dann brauche ich noch 16 Baumstämme. Dann würde ich erst mal noch sagen, wir hauen noch einen Baumstamm um. Und dann ist die Folge erstmal heute wieder vorbei. Ein bisschen kürzer als sonst. Aber hey, dafür habe ich zwei Folgen aufgenommen. Und auf jeden Fall fast eine Stunde aufgenommen. Fast. Nur fast. Was war das für ein Geräusch? Was war das? Achso, die normalen Geräusche schweben mal. Alles klar. So, und... Ach, komm. Die Folge kann ein bisschen länger gehen. Nach dem Baumstamm. Ach, die Bäume machen mich schon verrückt. Und mit ihren mit ihren mit ihren Ggnatzen und alles. Erstmal schön da reinhauen, weil ja, folge ich aber zu Ende. Und deswegen haue ich die erstmal da rein. Weil wenn ich erstmal speichere und das nächste Mal wieder weitermache, dann sind die Baumstämme hier verschwunden. Das ist auch so eine Sache. Wenn ich speichere, dann verschwinden die Baumstämme. Und im nächsten... Also im nächsten Mal wenn man wieder ladet, sind die Baumstämme nicht mehr da. Das ist scheiße. Deswegen muss man die Baumstämme sozusagen hier absichern. Und so ein Baumlager, das wenn man speichert, die nicht weg sind, weil die hier drin sind. Und so speichert es mit ab. So, dann würde ich mal sagen, das war es mit dieser Folge heute. Es sei denn, ich finde noch einen Baumstamm oder so. mehr finde ich jetzt nicht. Nee. Dann gehe ich mal speisern. so, dann möchten wir jetzt bei... ich schaue hier mal nach. Bei Tag 33 sein. Und hier sind wir wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter am Rucken. hier steht ja auch noch drauf, Tage überlebt, 34, krass. Wir haben 34 Tage überlebt, ohne zu sterben. Geil. Finale wäre um dich zu heilen. Oh, das wollen wir noch. Das machen wir definitiv. Denn wir haben ja genug. So, hau die rein. So, Bedingungen, die Bedingungen sind weg. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, Leute, das war es mit dieser Folge. Mal speichern. Das war es mit dieser Folge mit der Forrest. Und wenn es euch doch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da oder auch ein Abo da. Wenn euch dieses Let's Play gefällt oder überhaupt mein Kanal Konzept, sagen wir mal. Ob ich euch sympathisch bin oder ob ich euch sympathisch bin, dann könnt ihr gerne ein Abo lassen, wenn nicht so. Ja. Ich natürlich euch überlassen. Ansonsten ich bin raus. Bis dann. Euer Akumisi 21. Ja.